Wenn Kinderaugen strahlen und ihr Lachen das gesamte Schiff verzaubert, sind auch wir glücklich. Am 4. November besuchten 16 Kinder aus dem Bremer Kinderhaus AIDA Perla, um einen tollen Tag an Bord zu verbringen. Eine Schnitzeljagd führte unsere jungen Gäste über das gesamte Schiff. Dabei gab es für jedes Kind ganz besondere Highlights. Und auch weil uns dieser Tag so viel gegeben hat, würden wir gerne noch mehr tun. Vom 22. bis 23. November findet der RTL Spendenmarathon statt. Jeder gespendete Euro kommt Kindern zugute. AIDA überweist 100.000 Euro. Auch Sänger Sascha unterstützt die Aktion mit seinem Song Lichterketten, einer Hymne für den Zusammenhalt. Gemeinsam sind wir stark. Seien auch Sie dabei mit Ihrer Spende zum 23. RTL Spendenmarathon.